Hallo Hi Ich hab dich gerade beim Pogeln erwischt Bist du am Kacken, Bro? Ja, Bruder, schau Ehre, Digger Richtig schön, hast du selber gemacht? Oder gefunden? Wie geht's dir? Gut, Bruder, wie geht's dir? Wohnst du in Bulgarien? Ja, ich bin in Bulgarien Geil, wollen wir Kinder zeugen? Wie bitte? Der war schon sauer, hast du gesehen? Dieser Kopf gerade Was sind das für Menschen, Alter? Oberina Hallo Hallo Hey Bro, what's going on? Alles klar? Oh, du sprichst Deutsch? Extrem große Muskeln Schöne Haare Schöner Bart Und vor allem meine schöne Ich suche meinen Vater auf dieser Plattform Ja, wer sucht, der findet, glaube ich, oder? Ja, also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern ganz normal halt Also wirklich meinen leiblichen Vater Ok, wie soll... Warum erzählst du mir das? Wie soll er aussehen? Ja, wir haben halt den Tipp bekommen, dass der hier immer auf dieser Plattform ist Ja Weil die haben sich vor 5 Jahren oder so aus den Augen verloren Vor 5 Jahren, genau Ok Der hat halt so eine orangen Brille auf Ok Hast du zufällig schon mal jemanden gesehen? Orangen Brille Oder Orangen Brille Einer hatte mal eine Brille Ja, aber Hast du dir heute mal gesehen? Der sitzt meistens immer so da Guck Also... Ok Weiß nicht Also der hat irgendwie Lustgefühle nennt man das, glaube ich Oder... Ne, 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 der hat halt Epilepsie Der kann halt die Hand nicht... Äh, still heiten Ja, genau, genau Der ist halt immer sehr hibbelig, ne? Manchmal platzt der auch wie ein Luftballon Man對吧 Man Bei ihr Ahhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Menschlich gesenst, ziemlich abstoßen Hallo 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 Das ist ein wunderbarer Hubport Das ist ein wunderbarer Hubport Du hast eine sehr leute Wände Das ist ein sehr leute Wände Das ist ein sehr leute Wände Das ist ein sehr leute Wände Kannst du mir das zeigen Hallo Hallo Hallo! Hallo! Was machst du? Was machst du? Sehr gut! Sehr gut? Ja, wir auch. Mein Name ist... Iran! Ihr Name? Ihr Name? Was? Interessant. Was hört so? Joke! Was geht? Seid ihr echt? Ne, leider nicht. Also es gibt so Leute, die reden von mir. Sind wir leider nicht. Wir sind halt leider fake. Dein grüner Stuhl gefällt mir extrem gut. Deine grüne Wand im Hintergrund auf. Leider sind wir nicht bei einer braune Tür. Was? Ihr habt einen Reifen an der Wand. Ich hätte nicht gedacht, dass er auf Video Chat ist. Vor allen Dingen ist da ein Autoreifen an deiner Wand. Bist du der echte? Der echte mit dem Autoreifen? Hast du da einen Unfall? Ist dein Auto gegen die Wand gefahren? Der Reifen ist hängengeblieben? Ja. Kannst du irgendwas cooles? Kannst du dich 10 Runden auf deinem Stuhl drehen? Hast du ein Talent? Willst du mit ins Video kommen? Willst du mal dabben? Ja. Und jetzt 10 Runden auf den Stuhl drehen. Los! Ein. Ich mach mit. Oh, der arme Junge. Okay, wenn du kotzen musst, sag Bescheid. Ich muss nicht 10, ne? Ja, ja. 5. Da ist Arazul an der Wand. Da ist Arazul. 7. 8. Da ist Arazul an der Wand, oder? Noch 2 Runden. 2. 2. Lass den Jungen doch jetzt in Ruhe. Mann. Yes, du hast es geschafft. Du bist der Beste. Wieso hängt denn da kein Mo-Poster? Kennst du Mo? Nö. Oh Gott. Alter. Alles gut bei dir? Wo kommt das Blut her, ist dein Augen? Müssen wir uns Sorgen machen. Brauchst du Hilfe? Besteuer, Feuerwerk, Krankenwagen, irgendwas? Ein C-Shotter wäre gut. Ein C-Shotter wäre gut. Ja, bin ich sogar. Sogar. Also, ich kann dir helfen. Möchtest du mir reinkommen? Möchtest du mir reinkommen? Möchtest du mir reinkommen? Ja. Geprankt, Bro! Ja, Mann! Wuuuuh! Michael Ballack ist mein Lieblingsfußballspieler. Ole, ole. Ole, ole. Nein, stopp, 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 stopp. Nicht, nicht, nicht. Mach aus, mach aus. Ist ungesund. Ungesund. Un-ge-sund. Nein. Nein. Jetzt lebst du einen Tag kürzer. Du wirst sterben, und zwar? In 8 Jahren. Und das ist auch nicht nur eine Zigarette. Das sehe ich, Kollege. Da ist noch was anderes drin. Nee. Nicht Pferdescheiße. Ist mir selbst gedreht. Ich kann meine... Hör auf. Hör auf. Das ist ein Loop. Ist ja nur ein Video. Hau dir ins Gesicht. Hau dir ins Gesicht. Hau dir ins Gesicht. Ja, ist nur ein Video. Okay. Ähm. Könnt ihr die Hose pusten? Ich kann meine ganze Hand in den Mund nehmen. Oh, oh. Hallo. Hallo. Hallo, Mann. Hallo. Hey, was geht, Bro? Was sagen wir zu Rauchern? Rauchen ist... Ungesund. Rauchen ist ungesund. Hi. Hallo. Was geht ab? Da hätte er eine Frage. Also, ganz kurz. Ich würde gerne die Schweizer Staatsbürgerschaft haben. Wegen dem Steuervorteil. Können wir da was machen? Ja, dann... Dann musst du ca. 15 Jahre in der Schweiz leben, dass du das bekommst. 15 Jahre? Ja, das gibt's nicht einfach so. Was ist, wenn ich heirate? Ja, du musst eine Frau finden, dann bekommst du sie. Gibt's in der Schweiz auch die Möglichkeit einen Mann zu heiraten? Ja, kannst auch, ja. Tiere? Tiere glaube ich nicht, ja. Es gibt ja keine. Nein, das geht nicht. Aber... Oh. Hey. Hallo. Putzchen zapp in die Air. Es ist DJ... DJ... Frank. Frank. Habe ich dir das so gemacht? Evi. Was? Was willst du? Was? Hey. Soll ich dir was sagen? Ja. AAAAAAAH! Jupajuuuuufz. Juregisiriu. Ketchup. Seaterjuuu. Mit TeBe. Vitjane. Dome Ketchup. Tee. Toschu. 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 Entschuldi Be- Entschuldi Be- Hi. You speak English? Hi. Um, just a little bit. Just a little bit. You're working right now? Yeah. What's the time? Now, it's uh... 8... 10 past 8? In the evening? Yeah, evening. Night. Night. Yeah. Dude, go home. Yeah, I'm... I'm going home. Not work. How is it? 8... 10 past 8? Yeah. Oh my god! Oh my god! Can the tricks? Can the tricks? Can the what? Can the Vogel what? Can you fly the Vogel? Oh, my arm. Hi. Andreas, what's going on? Not Andreas, but close to me. Wie bitte? Björn? Not Andreas, but close to me. Andi. Andi. Naja fast. André! 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 André ausziehen! Frage Nummer 1. Warum ist es bei dir so dunkel? Frage Nummer 2. Warum bist du so dunkel? Frage Nummer 3. Hast du die Stromrechnung nicht bezahlt? Frage Nummer 4. Frage Nummer 5. Weil du deinen linken Fußtagel da... Sag mal, Kollege, beim Autofahren zu springen, ist es nicht für uns. Autofahren, Kollege, Autorwürste, direkt vor links, direkt vor links, wo wirst du der... Hofhardtstraße, Hofhardtstraße, hallo, 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 ja moin. Was geht bei dir? Jega, krass, was geht ab bei euch, man, nix, schön. Wir sind hier bei Deutschland sucht den Superpimmel. Achso. Wir haben schon richtig viele Kandidaten gefunden, aber alle in Deutschland sucht den Superpimmel, alter. Ey, was geht, Leute? Was geht, na? Okay, ganz kurze Challenge. Wie viel Euro wettest du, dass ich das hier in den Mund bekomme? Boah, alter. Das ist ja nix, man. Okay, warte, ich mach mehr. Die brauch ich eigentlich noch. Ey, Dennis, komm mal. Das ist ein geiler Typ am Start, alter. Achtung, okay, das hier, ja? Ja, du kriegst 5 Euro beim Paypal von mir. Hi. Was macht der? Der steckt sich immer was in den Mund. Na, ganz in den Mund, alter. Oh, du musst ganz in den Mund schieben. Schieb's rein, alter. Schieb ihn rein, alter. Ja, ich glaub, er ist tot. Hallo? Hallo? Geil, alter. Ey, was sind das für's? Ey, komm mal, Mann, alter. Das ist wie ein Film, alter. Freunde, wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ja! Ja! Ich hab's mir gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ja! 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 Vielen Dank.